Die deutschen Behörden sind seit Monaten alarmiert. Hunderte gewaltbereite Islamisten sollen in Kampfgebiete in Syrien und den Irak ausgereist sein, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Das soll unterbunden werden, indem Islamisten der Personalausweis entzogen wird. Darauf hatten sich Bund und Länder schon grundsätzlich geeinigt. Nach Medienberichten hat das Bundesinnenministerium jetzt einen Gesetzentwurf erarbeitet, der einen Ausweisentzug von bis zu 18 Monaten vorsieht.